Hallo meine Lieben, es wird interessante Phase geben, aktuell im September. Viele sehen aktuell das neue All-Time-High in den Augen glänzt. Und die Short-Term-Holder sind gerade so an einem gewissen Preisniveau, wo man sich überlegen sollte, soll ich da noch weiter investieren, soll ich Gewinne realisieren oder bleiben wir auf Kurs? Das Ganze und so viel spannende News habe ich heute natürlich wieder vorbereitet und ich könnte mir glauben, es wird auf den einen oder anderen interessant. Moment, dann muss ich ran. Ja, hallo, Jay hier. Aha. Wie, eine Börse wurde geackt? Aha. Okay. Mehrere Millionen. Natürlich. Hallo. Na, kommt Papa Jay ins Spiel. Natürlich. Ich werde... Selbstverständlich. Ich bin mit meiner Verantwortung genutzt. Ich übernehme den Fall, meine Lieben. So, gut. Alles klar. Leute, Warmwässer anziehen ist wichtig. Ja, erstmal informieren. Achtung, Achtung, meine Lieben. Eine Exchange, die bekannt ist, wurde gehackt. Meine Lieben, sitzt hin. Passt gut auf. Ich sage euch jetzt, wie es weitergeht. Und was passiert. Bitte in einem Glied hinsetzen, dass keiner in Ohnmacht fällt. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. So, meine Lieben, nach diesem Intro gehen wir natürlich alles ab. Zuerst in die Onchain-Daten. Die fundamentalen Daten, die sind wichtig und entscheidend für uns. Nicht nur links und rechts ein bisschen Quatschpresse. Ja, gut. Also, wir haben hier aktuell genau die Reaktion, wo ich euch gestern erklärt habe. Ja, wir hatten ja einen relativ hohen Inflow auf den Börsen, die sich bereitgestellt haben, zu gucken, okay, was passiert. Wie wird die Zinsentscheidung ausfallen? Was passiert dann mit meinen Bitcoins? Okay, also verkauft man sie oder holt man sie wieder zurück auf die Wallet. Genau das findet aktuell statt. Viele ziehen sie wieder ab. Sichern sie. 50.000 Stück sind abgezogen worden. 43 hinzu. Positives Ergebnis. Also, wir sind hier bei 2,985 Millionen Bitcoins aktuell auf den Börsen. Und aktuell, wie gesagt, müssen wir natürlich jetzt ein bisschen die Miner gut beobachten. Wie gehen die Instellungen? Der Zeitpunkt hier aktuell wird natürlich weiterhin sehr interessant. Bei Ethereum ist es eher negativ oder weiterhin sehr negativ. Man kann hier fast von 120.000 Ethereums, die auf die Börse geschickt werden, anschauen. Das ist schon krass. Ich kann mir vorstellen, dass viele jetzt auch bei Ethereum, die wirklich tief eingestiegen sind, Gewinne realisieren, umwälzen in Bitcoin. Ist eine Annahme. Keine Bestätigung. Aber es ist mittlerweile 12,339 Millionen Stück, die auf den Börsen rumliegen. Das ist wirklich viel. Der aktuelle Firmen, Green Index, liegt bei 54 Punkten. Noch in der neutralen Zone. Wird sich aber sicherlich dieses Wochenende nochmal ändern. Ja, im aktuellen Academy Club machen wir das sehr erfolgreich. Wir haben Solana mit 21% aktuell. Wir haben 24% bei Quant, Bitcoin auch schon bei 33% und bei 57,5% schon rein. Unsere Gewinnrate, ich kann es euch nur mal so nebenbei sagen, aktuell in der Branche gibt es so gut wie keinen, der so eine Gewinnrate ausweist. Ausweist, wir haben ungefähr 92% über die gesamte Laufzeit. 96,66% in den letzten 90 Tagen. Dürft ihr gerne entweder im Academy Club mitmachen oder, was ich euch noch viel mehr ans Herz lege, versucht es selbst. Besucht die Masterclass, kauft sie, nehmt die Expertise von mir mit und werdet selbstständig ein erfolgreicher Trader. Das kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Ja, sonst sieht es halt so aus, dann wird man halt liquidiert, weil man entweder auf falsche Interpretationen hört oder halt das Ganze nicht so richtig einschätzen kann. Dann wird man halt gerne liquidiert. 146 Millionen wurden liquidiert in den letzten 24 Stunden, davon knapp 70% in Shorts. Wenn man die Liquidität heute betrachtet, sie hat einen massiven Anstieg bekommen. 2,27 Milliarden aktuell in den Long Position drin. Die höhere Stufen liegen zwischen 62.500 und ich sage mal knapp 62.000 Dollar. Da sind einige Millionen drin. Overleverage sehen wir da oberhalb. Ihr seht so aus, dass bis 61.500 sehr viel Overleverage drin sind. Sei es ab 50 oder 100er Hebel, die natürlich relativ einfach aus dem Markt zu spülen wären. Aber man sieht auf der anderen Seite, es liegt gerade mal so 1,2 Milliarden in den Shorts. Ich starte davon auf, dass sich das jetzt weiter aufbaut. Wir holen auch hier uns heute wieder ein bisschen Hilfe aus dem Orderbook heraus, weil das wird auf jeden Fall eine ganz spannende Geschichte. Ja, wenn man die Spot ETFs anschaut, der Blick wandert bei mir immer noch als allererst bei IB Blackrock, da ist immer noch eine schwarze Null, bestätigt irgendwie die Befürchtung, die ich hatte, dass sie im Hintergrund so ein bisschen ihren Management-Pool nutzen, um Abverkäufe und Zukäufe irgendwie zu managen, damit es da in der Grafik irgendwie nicht immer zu einer Minus-Null kommt oder so. Ich weiß es nicht. Es sieht auf jeden Fall speziell aus. Nichtsdestotrotz, 158,3 Millionen Inflow plus, das ist positiv für Bitcoin zu bewerten. Es wurden einige von den Börsen abgezogen, das ist gut. Ethereum auch plus, da hat Blackrock gekauft, 5,2 Millionen. Aber ja, nicht die Rede wert, ist meiner Meinung nach immer noch ein massiver Flop. Bank of Japan hat die Zinsen nicht erhört, trotz Ankündigung, die sie eigentlich gesagt haben. Auch meine Interpretation wäre es gewesen. Ich weiß, nur um die Kritik ein bisschen Luft rauszuholen. Ich bin mir der Lage von Japan sehr wohlbewusst und ich weiß, wie es aussieht. Nichtsdestotrotz wird es irgendwann so zugespitzt sein, dass Japan völlig manövrierunfähig sein wird und das Land quasi seinem eigenen Schicksal überlassen wird. Die haben sich mit diesen Staatsanleihen von den USA so massiv überschätzt. Ich weiß nicht, wie das enden soll oder was für ein Lösungsansatz da wäre. Naja, Bitcoin. Man könnte ja alles in Bitcoin kaufen. Japan wäre eigentlich prädestiniert dazu und dann könnte man vielleicht noch irgendwie den Yen retten. Ich weiß es nicht. Aber das ist schon eine schwierige Situation, die wir da haben. So, die deutsche Regierung schließt 47 Börsen, dass sie angeblich mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen. Ja, also Börsen habe ich noch nie gehört. Maxman Exchange Cash, 60SEC, was auch immer das soll heissen. Ja, wurde beschlagnahmt, respektive zugemacht. Aber auch Wallets wurden beschlagnahmt. Anscheinend, wie weit das da aussieht. Ich werde auf jeden Fall bei Arkham reingucken und prüfen, ob da irgendwas Bewegungen reinkommen. Ich weiss auch nicht, in welchen Ländern die sonst noch tätig waren, weil das heisst, die Börsen wurden geschlossen. Und wenn, dann kann man es ja praktisch vielleicht EU oder Deutschland halt schliessen. Aber es seien auch Aktivitäten in der Geldwäsche drin. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, da gibt es wahrscheinlich keine Börse, die eine reine Weste hat. Vielleicht, ja. Also Binance führt die Liste auf jeden Fall an, wo ganz, ganz schlimm ist. Aber nichtsdestotrotz bin ich auch dafür, illegale Aktivitäten oder einfach auch wirklich Drecks-Exchanges, es gibt ja mittlerweile so viele, sehr gerne weg damit. Hat meiner Meinung nach hier nichts verloren. Bitcoin Rally über die Kennzahl der kurzfristigen Inhaber, also die Short-Term Holders, die stehen aktuell an einem ganz speziellen Punkt. Der Punkt hier in diesem Bericht redet hier so zwischen 61,5 und knapp so 63,5. Da liegt so ein bisschen die Short-Term Holders fest. Und eigentlich wäre der Zeitpunkt jetzt, weil das ja oftmals Sie sind mit sehr viel Angstgefühl, wäre der Zeitpunkt aktuell interessant, um wieder abzustoßen. Oder warten Sie zu, um zu gucken, ob wir da hochkommen. Das ist aktuell eigentlich ein kleiner Risikofaktor, ich betone bezüglich, kleiner für einen möglichen Korrekturfaktor, neben dem, was die Miner auch noch tun können. Bei den Miner ist eher die Frage, an welchem Preisniveau werden Sie abstoßen. Ich gehe stark davon aus, dass Sie mit einer zweiten Septemberhälfte mit starker Volatilität rechnen und diesbezüglich ausnutzen werden, um gewisse Bitcoins abzustoßen. Ich darf nicht vergessen, die gehen in der Regel nicht in der Regel, nicht über die normalen Börsen, in der Regel geht es eben in die OTC-Desk. Und das vielleicht nochmal ganz kurz zu erklären, weil das vielleicht viele auch manchmal nicht verstehen. Beim OTC-Desk, da komme ich zum Beispiel, ich sage mir, ich habe ab 2000 Bitcoins, die 2000 Bitcoins stelle ich jetzt rein, aktueller Preis knapp 64. Ich sage, okay, ich habe nicht das Interesse, dass meine 2000 Bitcoins beim Verkauf den Preis dampen. Ich stelle die zur Verfügung im Wert von 62.000 Dollar, wenn jemand die kauft. So, Martin locket bei einer Limit-Order. So, und auf der anderen Seite kommt dann zum Beispiel Blackrock oder wer auch immer, ja, irgendein reicher, junger Schnösel, der dann sagt, hey, die kaufe ich mir. Ja, will ich jetzt, ich kaufe hier für 500 Millionen, kaufe ich jetzt Bitcoins. So, und dann holt er sich natürlich da ein bisschen einen bevorzugten Preis. Die Gebühren sind anders, keine Existenz und so weiter und so weiter. Also, das ist auf jeden Fall immer wieder ein Thema und da können wir auf jeden Fall den Blick drauf hätten. Im Gegenzug hier zu den Short-Term-Holders, die beflügeln oder besser gesagt, sie dampen den Preis natürlich auf den Börsen. Da reichen auch schon wenige Bitcoins aus. Also, da muss man schon den Blick drauf haben. So, ja, zum Alarm. Bing-Ex, ja, vielen von euch auch bekannt, ja, wurde gehackt. Tatsächlich hier Vivian Lindy, Chief Product Officer von Bing-Ex, hat gesagt, es gab ein Alarm im Team. Man hat sofort reagiert und wie viel das wirklich abgezogen ist, sei unklar. Es gibt Einschätzungen hiervon, wo man sagt, wo das Blockchain-Sicherheitsunternehmen sagt, wir haben einen Abgang gesehen von 13,5 Millionen Dollar und da gibt es noch Analysten-Plattforms wie LookOnChain, die sagen, wir reden hier sogar von 26 Millionen Dollar. Also, so klein und unbedeutend kann es eigentlich schon nicht sein, weil sie sagt hier ganz klar, die Verluste werden wir selbstverständlich all unseren Kunden mitgeben. Das sei alles sicher, macht euch da keine Sorge. Ich bin da mir dann nicht ganz so sicher, denn wir sind ein bisschen gebrandet von den früheren Aktionen, den anderen Exchanges, dass überhaupt ein Exchanges gehackt werden kann. Und wir reden hier nur von der Hot Wallet. Okay, also vieles von euch ist da natürlich schon abgesavt, aber in der Hot Wallet ist nun mal einfach die Möglichkeit, da auch irgendwie abzugreifen. Das wurde anscheinend passiert, wie es da weitergeht, ob wir da noch weitere Infos bekommen, ist fraglich. Ich kann euch eins raten, und da werde ich jetzt keine andere Börse erwähnen, zum sagen, wechsle die Börse, sodass das nicht mein Approve, mein Approve an euch ist. Die Coins, die ihr nicht braucht, also wenn ihr nicht Daytrader seid, wenn ihr nicht immer wieder tradet, alles was überschüssig ist, auf einer Börse, hat da nichts verloren. Nehmt dies und savet dies bei euch auf einer Hardware Wallet. Und da ist mir auch schnuppigal, welche das erwähnt, da mache ich auch keine Werbung dazu, das ist euer Anliegen. Informiert euch, nehmt das Produkt, was euch am besten passt, aber savet sie. Ihr seid eure eigene Bank, das muss euch bewusst sein. Ihr seid eure eigene Bank. Wenn ihr Trader seid, dann würde ich mir vielleicht schon überlegen, ob es vielleicht da draussen die ein oder andere Börse gibt, die vielleicht ein bisschen besser Acht hat. Auf der anderen Seite, man ist nirgends zu 100% sicher, also Hacker kann es überall geben, aber man sollte da ein bisschen jetzt ein Blick drauf haben. Denn ich persönlich finde das eine hohe Summe zwischen 13 und 20 Millionen oder 26 Millionen. Das ist viel Geld. Klar haben die Börsen Geld, klar können sie das irgendwie abdecken, aber es ist nun mal einfach immer wieder so ein Unsicherheitsfaktor. Nur so, als Info, am Rande kann ich euch auf jeden Fall so mit auf den Weg geben. So, jetzt würde ich sagen, wir gehen ab in die Chartanalyse respektive Orderbook. Wir haben geile Levels durchbrochen, muss man wirklich sagen. Also da kam Volumen rein. Gut, wir haben es ja gestern gesagt. Wir haben gestern gesagt, wir haben nicht so hohe Levels hier dazwischen, das reicht. Also das hohe war eigentlich hier bei 62.000, da waren über 200. Ja, da hat man, schau mal, schau mal, da sieht man es gut. 268 waren noch drin, dann hat man die relativ schnell abgezogen, also abgezogen, auf 197 reduziert und das ist, ist man dann durchgebrochen. Man hat sie oberhalb hingestellt bei 42, 50, auch gut, die Bären oder die Market Maker, whatever, die haben gut agiert, kann man sagen, aber es hat nicht gereicht. Also man ist hier durchgebrochen, aktuell 64.000, wir wissen, die 65.000 Dollar ist eine harte Nuss. die haben jetzt hier noch mal dazugelegt, von 282 auf 365 Bitcoins. Ja, das ist schon, das ist schon hart, das hat man nicht vergessen. So, also man hat hier schon, 67 ist dann wieder klein, mit, ja, 68 kann man darüber sprechen, 70 mit 480, das ist schon richtig heavy. also ihr seht, man hat hier tatsächlich einige Hürden dazwischen, die es bedeutet zu nehmen, aber, und jetzt kommt das große Aber, aktuell verliert man auch ein bisschen Boden, also man hat keinen Support aktuell, ja, und der Support dann, ja, eher gering, 61.000, ja, 60, 650, kommt noch was dazu, kann man zusammen addieren, ist okay, 60 auch nicht so der Brüner, also rein theoretisch müssen jetzt die Bullen anfangen zu versuchen, zumindest die 60.000 Dollar zu sichern, ähm, da sind sie aber selbst aktuell noch nicht überzeugt, wie man es gerade sieht, also da ist die 56.000 Dollar ihr Lämmel. Okay, gut, lassen wir so stehen, können wir leben damit, dann geht es ab in die Chartanalyse. So, wichtig, ich habe gesagt, wir werden immer den Dollar ein bisschen im Auge behalten, er hat kein neues tief gebildet, ist aber immer noch dran, er verliert den Wert, also die 100 Punkte, die wir dann nicht aufrechterhalten können, wir sehen hier auch den bärischen Cross von der DMA, 200 zu 300, die 200 hat die 300 von oben nach unten gekrosst, das ist ein bärisches Target oder besser gesagt ein bärisches Betrachtungsfeld und da muss man hier natürlich schon aufpassen. So, umso weiter, dass hier der Dollar an Wert verliert, umso mehr gehen eben in die anderen Assets hinein, wir sehen aktuell hier Gold, ich habe gesagt, wir werden hier nochmal einen Schub sehen, wir sind hier knapp darunter gegangen, sind jetzt wieder nach oben oder unterwegs nach oben, unser Target bleibt, also erst das Target wird 2619 sein, dann die 2650, ja, und dann Richtung 2007, also Gold gewinnt unglaublich massiv an Wert und war und ist und immer ein sicherer Hafen in unsicheren Zeiten, das darf man nicht vergessen, nicht unterschätzen, ja, ich weiss, Bitcoin ist aktuell das härtere Asset, bin ich absolut bauch, aber es geht nicht nur immer um die Fakten, die da sind, ja, sondern es geht oft um das psychologische Level seines Menschen und wenn man sagt, hey, aber meine Großeltern und meine Urgroßeltern, die haben damals schon in Gold investiert und das hat immer funktioniert, dann gehe ich auch da hinein und das ist ein wichtiger Bestandteil des Traderslebens, dass man die psychologischen Effekte ebenfalls berücksichtigt, was halt viele leider nicht tun und das auch immer wieder zu falschen Reaktionen führt. So, wurde gefragt, Jay, ist denn dieses riesengroße Rising Wedge schon infällig? Nein, natürlich nicht, also solange wir nicht diese diagonale Linie hier durchbrechen, die aktuell bei 76.000 Dollar liegt, dann nicht. Also, wir müssen ganz sicher mal hoch Richtung 82.000 Dollar, selbst dann irgendwie schiebt ja auch gerne TradingView immer wieder gerne meine Levels, why not? Ja, also zwischen 82.000 und 107.000 Dollar wird es, auf jeden Fall interessant und spannend, wir bleiben da und wir kommen langsam zum Golden Pocket, das Golden Pocket liegt bei 66.343, da, da wollen wir hin und dann kommt der erste Anlauf und dann schliessen wir die Welle 5, 82.000, also im Oktober aktuell würde ich behaupten, sieht es gut aus für Neus Old Time High, aktuell, wir haben im Weekly hier eine Erholungsphase drin, wir sehen auch hier die Bewegung der blauen Linie der MECD, wir kriegen Volumen rein, das ist alles gute Zeichen, alles gute Zeichen, wir können auch kurz hier umschalten, auf den, wenn ich den noch drin habe, schmeisse den immer wieder aus, habe ich den hier drin, ne, war auch nicht drin, hier vielleicht, auch nicht, gut, ich wurde ja immer wieder gefragt und da hatte ich ja auch wieder recht, ja, weil man hat ja darüber gesprochen, JV sitzen aus mit dem aktuellen Death Cross, ne, also passiert jetzt da was oder nicht und ich habe ja euch das ganz klar erklärt, dass der Death Cross zwar eine wichtige Stellung hat in den Charts, aber ihr müsst immer zuerst die Ökonomie, die wirtschaftliche, die globale Situation verstehen und wenn ich sage, dass da, wenn die Zinsen gesenkt wird, ein ganz anderer externer Beeinfluss, eine höhere, mächtigere Stufe hat als hier die Death Cross Situation, dann ist es nochmal so, vielleicht für die ganz einfachen unter uns, gehen wir raus, der Death Cross ist ein Halbgott so und die Makroökonomie Ausrat ist ein Gott, so wer hat jetzt mehr Macht? Gott, ganz einfach gesagt, so, also da hat es die Wende gegeben, da habe ich ausführlich darüber erklärt, dass das mit einer Zinssenkung passieren wird, genau das ist passiert, jetzt fragt man sich natürlich, sind wir denn jetzt im sicheren Hafen, haben wir es jetzt geschafft und da muss ich euch leider wieder an die Hand nehmen und sagen, nein, haben wir noch nicht, da seid mir da auch bitte vorsichtig, klar sieht es super aus, wir sind ausgebrochen, wir haben unser Target hier oben, wir stehen aktuell an der R1, da muss ich auch lachen, deine R1, die passt ja über hinten und vorne nicht, ja, mag sein, ich weiß nicht, ich finde es immer schön, wenn dann eben die Datenfakten eigentlich meine Arbeit bestätigen, es gibt kein besseres, da kann jemand rummaulen, wie er will, wenn man einen Blick auf den Chart wirft und sagt, shit, da war Jay schon wieder richtig, passt so mal, also wir sind hier bei der R1 und das hat sehr gut geklappt, also die R1 kommt auch nicht von irgendwo her, wenn man wissen will, wie man das eben richtig macht, dann kommt man in die Masterclass und lernt es, so, und dann könnt ihr, wenn es Klugscheiße gibt, sorry für das Wort, könnt ihr debattieren und sagen, hey, aber so und so passiert das nun mal, ne, also ganz interessant, bleibt es auf jeden Fall wichtig für uns, sind ganz andere Aspekte aktuell, wir haben hier eine Annäherung der EMA203 und eine bullische Annäherung, das wäre aktuell tatsächlich die Chance, also, wir haben die Zinssenkung, es kommt wieder neues Geld in den Markt, man überlegt, wo gehe ich aus den aktuellen Assets raus, wie Dollar, etc., wo kann ich investieren, Tech-Aktien, Gold, Bitcoin, Immobilien, Zinsen fallet ja wieder, das bedeutet also, wir hätten die Chance, jetzt an einer richtigen Rallye teilnehmen zu können und das Ganze nach oben zu begleiten, das bedeutet, wir hätten die Chance, im Oktober tatsächlich das neue All-Time-High zu erreichen und dann wäre es auch selbstverständlich noch nicht ganz fertig, denn man hätte die Möglichkeit, die Rallye zu beenden mit einer Weihnachts-Rallye, wenn da wieder die Fett, die Zinsen und weitere 50 Batspunkten senkt, wenn sie im November keine Zinssenkung macht, möglich, das steht noch ein bisschen in den Sternen, aber so weit müssen wir vorausdenken, müssen überlegen, was kann passieren und ich habe vorher gesagt, haben wir es jetzt schon geschafft, nein, noch nicht, warum haben wir es noch nicht, geschafft, ich erkläre es nochmal, diese Wellengänge, die wir hier sehen, das sind alles psychologische Levels, kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen, Gier und so weiter und so fort, oder Angst, all das gehört dazu, man muss halt auch verstehen, wenn ich solche Welle sehe, was sie uns mitteilen und der Bereich hier, da, das war Hoffnung, die zerschlagen wurde, die wieder nach unten gefallen ist und genau hier bedeutet es jetzt aktuell dieses Niveau zu überbrechen, also das heisst, wir müssen hier oberhalb dieses Niveau kommen, das heisst, wir müssen die 65.000 Dollar nachhaltig durchbrechen und die 65.000 Dollar haben wir ja hier gerade vorher besprochen, deshalb gehe ich ja mit euch auch immer diese oder Buchs durch, da haben wir eine knallharte Wand, wir reden hier von knapp 370 Bitcoins, die es bedeutet zu durchbrechen und das geht nur mit bullischen Informationen im Hintergrund, die uns hier nochmal nach oben preschen können, das heisst, die Short-Term-Holder sollten nicht abstossen, es sollten eher neue dazukommen, weiter akkumuliert, es sollten weiterhin höhere Outflow-Daten passieren bei den Exchanges und dann hätten wir die Möglichkeit, die Kraft zu durchbrechen. Das wäre ein bullisches Signal, das würde sagen, wir haben die Trendwende geschafft, das heisst, wir gehen aus dem Abwärtstrend hinaus, wenn man da rauszoomt, das würde bedeuten, hier haben wir immer tiefere Tiefs gebildet, habt ihr das gesehen? Tiefer, 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 also wie ihr seht, zum Fadenkreuz, tiefer, 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 tiefer und ist immer noch tiefer, versteht ihr jetzt die Logik? Solange wir das hier nicht übertreffen, bauen wir weiterhin tiefere Tiefs auf und diese tiefere Tiefs wäre dann ein Risiko und das würde uns natürlich auch noch weiter nach unten bretten. Der einzige positive Wink, den wir hier raus haben, sind die höheren Tiefs, die wir hier hatten. Also hier haben wir immer tiefere Tiefs gebildet und ab hier hat sich das gewendet und deshalb muss man ein bisschen vorsichtig sein. So, also, das bedeutet für uns, wir sind im überhitzten Bereich in der RSI im 4-Stunden-Chart, es wäre eine Möglichkeit da, dass einige Gewinne realisieren, Short-Term-Holders, by the way, aktuell sehr interessantes Level. Was bedeutet das für uns? Wir haben es ja schon ein bisschen vorbereitet gehabt, wir können es jetzt eigentlich nur immer nachjustieren, das ist eigentlich das Einzige, was wir tun können, das ist die untergeordnete Form. Wir machen jetzt gleich noch eine übergeordnete Form und da bitte kein Herzinfarkt, ja, das ist nur analytisch und sehr wichtig für uns, weil unser Risk-Management reicht. Dafür brauchen wir diese Sequenz, okay, also dieses High, weil das wollen wir ja brechen, aus diesem Grund müssen wir die Sequenz verstehen und gehen hier zum Tief und gehen hier wieder hoch, zu dem High, wo wir aktuell haben. Baut sich gerade zum Morningstar auf, bekannt für eine Trendwende oder eben einen kleinen möglichen Abverkauf. das bedeutet, aktuell 57.000, 58.000 passt eigentlich, weil das ist ja das, was wir hier unten auch gesehen haben, ja, ihr seht jetzt, hier haben wir bei, wo war die 57, hier, 57.000 Dollar, ne, das sind die 56, 56.000 Dollar sind 200 Bitcoin als Support, okay, ist ein bisschen tiefer, aber wir haben hier das 0,707 zwischen 55.000 bis 53.000 und jetzt gehen wir tiefer, wir haben immer noch diese 40.000 Dollar als Risiko und jetzt können wir diese blaue Box, ja, die ja für uns da ist, sagen, okay, das hier wäre für Lucky Punch oder eben für interessante Einstiege ab 44.000 bis 41.000 Dollar. Dieses Risk Management ist wichtig, dass man das betrachtet, ne, auch hier, diese Box, das wie da unten fallen, ist immer etwas unwahrscheinlicher, aber die erste Box, die wird sehr gerne abgeholt und hier liegt natürlich aktuell zwischen 53.000 bis 55.000 Dollar, wenn dann eine relativ, also wenn wir dieses Level nicht schaffen, ist die Wahrscheinlichkeit eben hoch, dass wir hier runter gehen, in diese Box und vielleicht mit dem Pullback bei 58.000 zurück, möglich, aber die, die jetzt sagen, oh nein, ich habe meinen Zug verpasst, hier hättest du gegebenenfalls nochmal einen Bahnhof mit Einstiegsmöglichkeiten, die du nutzen kannst, so, ganz wichtig. Ansonsten, für die Daytraders unter uns, die schnelle und auch gute Trades nutzen wollen, hier ebenfalls nochmal die Möglichkeit, ab 63.000 Dollar zu fächern bis 62, dann hier nochmal eine Rebuy-Zone aufbauen, hier in dem Bereich, auch das kann sehr, sehr gut genutzt werden, also das ist ganz, ganz wichtig. So, mehr habe ich nicht zu sagen, vielleicht noch ein Blick in Ethereum, da, ja, behält sich das weiter vor, man hat jetzt hier den Ausbruch nochmal hinbekommen, unterwegs Richtung EMA 200, aber auch hier heisst es, das Level da ist viel schwieriger zu holen, denn das ist hier oben, ja, wir reden hier immer noch von dieser Box, die man abholen soll, man ist über das bullische 05er hier gekommen, das bedeutet, wir hätten die erste Box, wie gesagt, 2057 bis 2650, empfehlenswert so, um die EMA 300 Gewinne zu realisieren, Stop-Loss zu setzen und so weiter, das würde es auf jeden Fall helfen. So, das war es von meiner Seite, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, geniesst es, hau gerne ein bisschen Support unten rein, würde mich natürlich freuen, ich sage Tschüss aus der Schweiz, blieb gesund und bis zum nächsten Video, Tschüss zusammen.